So, wir stehen bei Ionity und mal schauen, was wir hier so kriegen. Sehr viel Gegenlicht auf jeden Fall. Wenn immer, wenn ich hier bei Ionity bin, ist natürlich irgendwas los. Seht auch schon hier getarnte Autos. Was ist das? Die Kollegen haben es natürlich jetzt ziemlich eilig, aber habt ihr mal einen Blick drauf geworfen. Tja, wenn man in der Öffentlichkeit rumfährt, muss man das damit rechnen. Schnell weg. Ja, da steht mein Mini hier, einsam und verlassen, alleine mit unter 50 kW Ladeleistung. Ja, das ist schnell. 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 Untertitelung des ZDF, 2020